... Was geht jetzt? Nein, geht jetzt. Geht jetzt. Okay, fuck. Losi! Ich habe jetzt noch ein bisschen auf die Münchgeräte. Oh! 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 Ja? Ja? Ja, ja. 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 Tewan. Ne, hübscher. Also Tewan ist der andere Kenntnis. Ich meine Tewan oder Tuareg. Tuareg ist der große. Jetzt fangst du Tewan der kleine. Und dann schlussendern die fünf Stunden immer für alleinsteuerung. Dann wirst du da Tewan, denn das Felsdicht der Tewan. Ja, ja. Das sieht komplett neu aus. Also wenn man hier in der Hälfte. Allein. Allein. Ja, ja. Ja, auf der Nähe. Nähe draußen. Alles. Du, da wirst du nicht auf jeden Fall kommen. So, nein. Können wir dich nicht? Ja. Ja, die Felsdicht. Jetzt kommt das Felsdicht. Ja, ja. Das hier hat eigentlich keine feature war. Ich glaub, du hast kleine Fettile. Das Viereck hier. Steffernstab, Volto. Das ist Uran. Ich habe gerade gemacht. Ich habe Glase-Tapé. Uran. Widerpenstig, ne? Widerpenstig, ne? Widerpenstig, ne? Vielen Dank. 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 Hopp! Vielen Dank. Danke. 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 Danke.